Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video will ich über die biologische Wertigkeit reden. Wenn du das Thema schon kennst, habe ich ein paar interessante Zusatzinformationen. Wenn du das Thema noch nicht kennst, dann wird es umso spannender. Und zwar gehen einige davon aus, dass Protein gleich Protein ist. Das heißt, es ist egal, ob ich 20 Gramm Rindfleischprotein zu mir nehme oder sagen wir 20 Gramm Eibrotein oder 20 Gramm Erbsenprotein. Das ist nicht egal, denn der Körper verwertet die natürlich unterschiedlich. Er nimmt die unterschiedlich auf und in der biologischen Wertigkeitsberechnung ist es so, dass hier sozusagen aufgenommen wird, wie gut der Körper körperfremdes Protein in körpereigenes Protein umwandeln kann. Und da gibt es ziemlich große Unterschiede. Und was man noch sagen muss bei der biologischen Wertigkeit, es gibt 22 Proteinogene Aminosäuren, die eine Rolle spielen und 8 davon sind essentiell, also lebensnotwendig, die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und diese 8 essentiellen Aminosäuren wurden bei der biologischen Wertigkeit beachtet und als Referenzwert, also als den Oberwert, an dem alles gemessen wird, wurde das Vollei genommen. Es hat hier einen Wert von 100, 100 heißt aber nicht 100%, denn dieser Wert wurde einfach genommen. Und alles andere wurde danach gemessen. Das heißt hier beim Molkeprotein kamen wir beispielsweise auf 104 bis 110, Kartoffeln 98 bis 100, Rindfleisch und Thunfisch 92. Das heißt, was man hier beachten muss, dass diese Werte hier niedriger sind, weil diese am Vollei gemessen wurden und wenn eine Aminosäure schwächer ist als beim Vollei, dann wird die sozusagen im Gegenmaß genommen und so kommt die biologische Wertigkeit raus. Also es geht da noch viel weiter. Die Tabelle findest du unterhalb des Videos, kannst du am besten gleich draufklicken und parallel mit mir arbeiten. Also das ist ganz wichtig hier, darauf zu achten oder einfach mal zu sehen, wie das hier funktioniert, wie der Körper die aufnimmt. Wichtig zu beachten ist aber auch, dass diese 100, die ich hier habe, das sind keine 100%. Also ich habe überall geschaut, mehrere Stunden und ich habe keine Umrechnungszeile, gesehen, also kann ich nicht sagen, dass das hier auf 100 Prozent ist oder 100 Gramm auf 100 umgerechnet, das geht nämlich gar nicht, sonst wären wir hier bei 100 Gramm auf 104 bis 110, das kann gar nicht sein. Der Körper kann nicht mehr herstellen, als er aufgenommen hat. Im Gegenteil, durch die Verstoffwechslung verliert man ungefähr 10%. Also ich habe einen Kommentar mal unter einem Video gesehen, da wurde etwas mit 72 angegeben, habe ich auch sehr viel gegoogelt, aber ich habe dazu leider überhaupt nichts gefunden. Wenn du dazu mehr Informationen haben solltest, würde ich mich freuen, dann kann ich die in den kommenden Videos mit aufnehmen. In der Regel ist es so, dass tierische Proteine eine ausgeglichene Aminosäurepool haben als pflanzliche. Also hier Kartoffel hat natürlich auch einen sehr hohen, aber in der Regel sind hier in den, sagen wir Top 10 oder in den Top 5, sehr viele tierische Proteine enthalten. Das heißt, hier ist der Aminosäurepool an essentiellen Aminosäuren sehr ausgeglichen. Bei pflanzlichen Proteinen ist er etwas niedriger, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe hier unten noch Mischverhältnisse, das heißt, wenn hier verschiedene Proteinquellen gemischt werden, kann die biologische Wertigkeit höher sein. Das Ganze hier, diese Zahl, die sagt nichts anderes aus, als dass ein Defizit in den essentiellen Aminosäurepool ausgeglichen wird und deswegen die Zahl so hoch ist. Das heißt, wenn eine essentielle Aminosäure, sagen wir, bei Kartoffeln weniger vorkommt und man nimmt einen Gegenpool, wo er stärker vorkommt, dann wird der hervorgehoben und dann kann es zu dieser 136 kommen. Aber wie schon gesagt, das heißt nicht, dass wenn du 100 Gramm Protein zu dir nehmen würdest, dass daraus 136 Gramm Protein entstehen. Das wäre natürlich schön, aber der Körper kann so einen Umwandlungsprozess nicht stattfinden lassen. Hier unten habe ich nochmal Molke und Kartoffeln. Das war hier im 70-30-Verhältnis, hat hier auch eine erhöhte biologische Wertigkeit von 134. In der Tabelle unterhalb des Videos findest du natürlich noch mehr Mischverhältnisse. Hier ist aber auch zu beachten, dass es sehr schwierig ist, das in der Praxis umzusetzen. Das heißt, es hört sich alles schön an. Eine tolle und hohe biologische Wertigkeit der Aminosäurenpool, der essentiellen Aminosäuren ist ausgeglichen. Aber praktisch hier Kartoffeln 65% und bei Vollei nur 35%. Das würde heißen, ich müsste hier über 600 Gramm Kartoffeln essen. Und hier habe ich jetzt nicht ausgerechnet, wären es ein paar wenige Eier. Also auf jeden Fall ist es in der Praxis sehr schwierig. Und bei diesen Berechnungen werden auch keine Kohlenhydrate, Fette, Mineralien und Vitamine mit reingenommen. Deswegen ist es hier auch etwas schwierig. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass man mit den richtigen Proteinquellen weniger Protein benötigt. Das kann auch so stimmen, aber in der Praxis ist es natürlich sehr schwierig umzusetzen. Und weil hier noch kein wirklicher Umrechnungsprozess vorhanden ist, ist es sowieso etwas schwieriger, hier die richtigen Zahlen zu deuten. Und ja, das ist zwar hier sehr interessant, aber ich würde dem Ganzen nicht zu viel Kraft verleiten. Also nicht, dass man es den ganzen Tag nach der biologischen Wertigkeit umstellt. Weil es ist einfach so, dass wenn man genug Eiweiß isst, also das heißt, wenn ich zwischen 1,8 und 2 Gramm Protein pro Tag zu mir nehme, als Kraftsportler, dann kann ich diese Regel mehr oder weniger fallen lassen. Es sei denn, ich versuche mal Proteinbedarf an Karotten zu decken, dann wird es etwas schwierig. Aber so viele Kilos an Karotten kannst du mit Sicherheit auch gar nicht essen. Was ich etwas schwierig finde bei der Berechnung der biologischen Wertigkeit ist, dass es nur auf 8 Aminosäuren begrenzt ist. Das heißt, hier haben wir diese 8 essentiellen Aminosäuren und daran errechnet sich, wie gut ein Protein vom Körper aufgenommen werden kann. Ich persönlich finde es wichtiger, das anhand von den 22 Proteinogen-Aminosäuren abhängig zu machen, denn das gibt ein gutes Gesamtbild. Ich habe hier mal ein, hier ist der Referenzwert vom Vollei, hat eine biologische Wertigkeit von 100 und hier findest du die verschiedenen Aminosäuren. Und was man natürlich beachten sollte, hier ist Vollei, Casein und Whey-Protein, Casein ist zum Beispiel in Quark enthalten. Und hier unten findest du die Gesamtzahl der essentiellen Aminosäuren auf 100 Gramm. Das heißt, du kommst hier beim Vollei auf 52,6 Gramm. Wenn du die mit den anderen beiden vergleichst, merkst du, dass die am wenigsten essentielle Aminosäuren haben, trotzdem eine biologische Wertigkeit von 100. Wenn du Casein nimmst, hast du nur eine biologische Wertigkeit von 77, aber mehr essentielle Aminosäuren, also von 53,4. Natürlich ist es so, dass der Aminosäurepool stimmen muss und das wurde in dieser Berechnung mit aufgenommen. Hier zum Beispiel haben wir am meisten essentielle Aminosäuren, 10 Gramm mehr als bei dem anderen. Deswegen ist hier auch die biologische Wertigkeit höher. Aber man sieht schon, dass manchmal das Beispiel etwas hinkt. Das heißt, dass einerseits nur die essentiellen Aminosäuren mit reingenommen werden in die Berechnung der biologischen Wertigkeit. Und andererseits merkt man, gut, so schlecht sind andere dann auch nicht, denn sie haben hier relativ viel essentielle Aminosäuren. Wenn man die natürlich mischen würde, mit anderen würde man eine deutlich höhere bekommen. Aber man sieht zum Beispiel hier, Casein hat einen höheren Anteil an Phenylalanin als Vollei. Bei Leuzin ist das genauso. Bei Valin ist das so. Und bei Isoleuzin. Also man sieht hier schon gewisse Unterschiede. Das Einzige, wo es halt deutlich schlechter ist, ist Methionin und Trionin. Das sind die zwei, die schwächer sind. Und trotzdem wird dann hier die biologische Wertigkeit sehr stark abgestuft. Wenn du dich etwas informierst, hast du vielleicht auch festgestellt, dass es biologische Wertigkeit von Null gibt. Zum Beispiel, wenn du auf die Gummibärchenpackung schaust, dann merkst du, Gummibärchen haben Protein. Und in den Gummibärchen ist meistens Kollagen enthalten. Und Kollagen hat an sich natürlich Aminosäuren, die auch essentielle Aminosäuren enthalten. Aber Kollagen haben kein Tryptophan. Und diese Aminosäure Tryptophan hier, die wird dann natürlich gegengerechnet mit dem Vollei. Und wenn du Null hast und rechnest du es gegen mit dem Vollei, auf was kommst du dann? Auf Null. Deswegen ist es so, dass Kollagen eine biologische Wertigkeit von Null hat. Wenn es Lebensmittel gibt, die eine biologische Wertigkeit von Null haben, dann könntest du diese natürlich mit einem anderen Lebensmittel, das zum Beispiel Tryptophan enthält, einen hohen Anteil oder auch etwas weniger, stark erhöhen. Das heißt, die biologische Wertigkeit würde nur durch das Ausfüllen des Tryptophanes mit einer Mischung eines anderen Proteins stark erhöht werden. Bei pflanzlichen Proteinen ist es oft so, dass Lysin weniger vorkommt im Verhältnis. Und bei tierischen Produkten ist es so, dass Methionin, diese Aminosäure, weniger vorkommt. Und man kann durch die Mischung von pflanzlich auf tierisch die biologische Wertigkeit massiv erhöhen. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass ein Wert von über 100 gebildet wird. Aber schlussendlich will ich damit sagen, das Ganze hört sich sehr interessant an, die Tabelle der biologischen Wertigkeit. Und man hat das Gefühl, dass man den heiligen Kral entdeckt hat. Das heißt, dass man jetzt auf einmal viel weniger Protein benötigt. Oder dass man etwas ganz Besonderes entdeckt hat. Im Großen und Ganzen ist es so, dass meiner Meinung nach das Ganze zu einem kleinen Spektrum betrachtet wird. Erstens finde ich es wichtig, dass die Aminosäuren im Ganzen beobachtet werden. Auch wenn die nicht essentiellen Aminosäuren sich gebildet werden können von den essentiellen. Trotzdem finde ich das Gesamtbild immer sehr wichtig. Und natürlich ist es in der Praxis sehr schwierig umzusetzen, wie jetzt die Mischverhältnisse sind und diese für die Praxis anzuwenden. Das heißt, diese zwei kleinen Beispiele, die ich hier unten gemacht habe, Kartoffel, Vollei, es ist halt schwierig und seinen Ernährungsplan danach zu richten, geht eigentlich überhaupt nicht. Und wenn es in Zukunft eine Rechnung geben würde, wo alle Aminosäuren drin wären, wo die Vitamine, die Mineralien usw. alle mitberechnen wären, dann wäre das eine richtig coole Sache. Aber an sich, wenn du diese 1,8 bis 2 Gramm Eiweiß pro Tag aufnimmst und schaust, dass du Proteinquellen aus den Top 5 oder Top 10 nimmst, die ich in dieser Tabelle unterhalb des Videos mit drin habe, dann kannst du an sich nichts falsch machen. Und natürlich wird etwas verstoffwechselt, sagen wir 10%. Und dann ist der Eiweißgehalt, den du aufnimmst, niedriger, aber das findet auch durch andere Prozesse statt, bei 1,8 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Wenn du in der Muskelaufbaufase bist, kannst du in der Regel nichts falsch machen. Ich hoffe, dir etwas geholfen zu haben. Wenn du noch mehr Muskelaufbau-Tipps willst, dann kannst du auf natural-bodybuilder.de gehen. Dort habe ich einen Muskelaufbau-Kurs, der dir zeigt, auf was du achten solltest, um auf natürliche Weise Muskeln aufzubauen. Findest du hier unten. Oder du besuchst mich auf facebook.com-flavioni. Dort kannst du mir deine Fragen stellen. Ich versuche sie zu beantworten oder auch andere Mitglieder. Und du kannst meine Aufbau-Shake-App kostenlos runterladen für Android und fürs iPhone. Und dort kannst du auf natürliche Weise Muskelaufbau-Shakes machen, ohne Proteinpulver zu benutzen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mach's gut. Dein Flavio Simonetti. Ich habe noch einen PS beizufügen, habe ich fast vergessen. Und zwar eine Sache erfüllt die biologische Wertigkeit auch nicht. Es gibt noch zwei semi-essentielle Aminosäuren wie Arginin und Histidin. Und diese beiden Aminosäuren werden auch nicht bei der biologischen Wertigkeit berücksichtigt. Sie sind wichtig für das Heranwachsen, für die Durchblutung. Es sind viele Supplementen enthalten. Zum Beispiel Arginin verbessert den Pumpeffekt und die Durchblutung. Und aber es ist auch für die Genesung, also für die Heilung von Krankheiten sehr wichtig. Wollte ich nur noch dazu sagen. Okay, das war's. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.